Die Gehirnaktivitäten bei Frauen während des Orgasmus haben Wissenschaftler der Rogers Universität in New Jersey mit einem Magnetresonanztomografen untersucht. Aus den Bildern erstellten die Forscher eine Animation. Laut den Wissenschaftlern ist es weltweit der erste Film, der den Verlauf und die verschiedenen Phasen des weiblichen Orgasmus zeigt. Wie die britische Zeitung Guardian berichtet, sollte sich die Testperson im MRT-Gerät selbst stimulieren. Dabei hat das Gerät ihre Gehirnaktivität aufgezeichnet. Im Film ist zu erkennen, wie sich diese in den verschiedenen Hirnbereichen verändert. In Gelb- und Rottönen leuchten verschiedene Regionen des Gehirns auf und zeigen, wie im Verlauf von Erregung, Höhepunkt und Entspannung Sauerstoff alle Bereiche überflutet. Dunkelrot markiert die niedrigste Aktivität, Gelb und Weiß die höchste Aktivitätsstufe. Zu Beginn des Orgasmus ist eine besonders hohe Aktivität im Kleinhirn und in der vorderen Hirnrinde festzustellen, während des Höhepunkts vor allem in Bereichen des Vorder- und Zwischenhirns. Den Wissenschaftlern zufolge soll mit den Orgasmus-Untersuchungen ergründet werden, wie über die genitale Stimulation die verschiedenen Gehirnbereiche angesprochen werden. Die Forscher hoffen außerdem herauszufinden, warum manche Frauen keinen Orgasmus erleben können, um Betroffenen besser helfen zu können. Die Forscher präsentierten das Video auf dem Jahrestreffen der Gesellschaft für Neurowissenschaft in Chicago.